Steine können zu euch. Nahrung. Okay, haben wir auch nochmal zwei volle Stacks. So, Geld haben wir jetzt. Bald kitesen wir wieder. Damit ist unser ganzes Geld weg. Also, jetzt dürfen wir in dieser Mission auf jeden Fall keine Einheiten mehr verlieren. Sonst hätten wir ein echtes Problem. Hi, ihr da draußen. Ich hab Feuerbälle für euch. So. Wir gehen. Just think, it's already done. Wie gesagt, jetzt benutzen wir die Eichenmonster, um wenigstens noch das nächste Level zu erreichen. Hurry, let's go. Let's go. All right. Ready. Just think, it's already done. We're going. We're going. What? What? All right. Shoot your arrows. Oh, nö, nicht den Magier hauen. Geht weg. Yes, sir. Okay, ich kann sie auch von vorne angreifen. You have come to the Master. All right. Just think, it's already done. Hurry, let's go. All right. Just think, it's already done. At your service. Who? Us? Say the word. Das glaube ich jetzt nicht. Ich will es nicht glauben. Äh. Warum? Nehmt ja, weil wir wieder so viel Schaden. Bei diesen blöden Eichenmonstern. All right. Shoot your arrows. Das Gute ist, sie kommen nicht durch die Tore. Das heißt, ich kann sie einfach so cheesen. Zur Glückwunsch. Say the word. Shoot your arrows. Just think, it's already done. Just think, it's already done. Just think, it's already done. Kann ich die von hier innen aus anfaffeln? I'm going. And? You have come to the Master. I'll be done. At your service. Burn everything in sight. Burn everything in sight. Ey, Kopfgeld hier haben. Die nächste Stufe erreicht. Und? Und? No one will escape. Yes. We attack. You have come to the Master. Aim. You have come to the Master. Always prepared. I'm going. I'm going. I'm going. I'm going. I'm going. So, wir haben auf jeden Fall schon mal genug, um Kampffähigkeit einmal zu steigern. So. Und ja, so ein Eichenmonster macht immerhin 2000... 2000-Erfahrungspunkt. On to victory! Hm. Alright. Will ich dir hier auch einmal noch mal töten? Ja, irgendwie schon. You have come to the Master. Oh, die hat so einen blöden Kettenblitz dahin gezaubert. Und? Und? No one will escape! No one will escape! What? Yes. Ready for battle! What? Yes. Was rekrutiert der Eichenmonster? Ist dort Gold dabei? It shall be done. No problem. Hm. Kill them all! It is done. We attack! On to victory! To victory! Ready for battle! On to victory! Ready for battle! On to victory! No problem! No problem! Ready for battle! You have come to the Master! Ready! We attack! Ah, da draußen sind schon wieder Elfen. Just think! It's already done! Always prepared! We're going! Ok. We also know that, don't read it. We can keep the spirits in the wind! Motivieren! It shall be done! Do you understand what you see? No problem. It shall be done. No problem. Yeah. So, jetzt gehen wir zur Oroganbefreie. Hatten wir genug Spaß. Also noch einmal ein Quick-Safe machen. Ich meine, wir sind mit der zweiten Mission jetzt dann demnächst wahrscheinlich durch und sind schon Level 7. We're going. Alright. Nächstes Level ab geht auf. Eigentlich würde ich am liebsten erstmal wieder magische Kräfte nehmen, damit ich noch einen Zauber-Slot und die nächsten Zauber kriege. Würde für mich den meisten Sinn halt machen. Und ja, Sorogan ist ein Chaos-Magier und Kaidruide. Wie er anders als er am Anfang behauptet hatte. Hier geht's. Und dann geht's. Ich muss seischen Ohr. Ich komme eurer Reaktion, Sorgen. Das Imperium braucht euch. Alles ist besser, als im Gefängnis zu bleiben. Der Imperium muss eine wichtige Aufgabe für mich haben, sonst hätte ich mich hier verletzt. Such ist der Imperium's will. Du bist unsere einzige Hoffnung, um die Oak-Monsters zu verletzen, bevor sie die Kapitel zu verletzen. Du hast sicherlich dein Zeitpunkt inzukommen, hierzu. Kann ich den Grund, warum ich wurde, Frau Majestin? We need your knowledge of fire magic. Can you incinerate the eleven Oak-Monsters? I would have to summon Chaos-Demons to destroy creatures of such might. This would require a piece of the crystal to open a portal into Chaos. Opening a portal into Chaos could be disastrous. Are you sure you can control the process? Yes, I've done it before. All I need is a piece of the crystal. You'll have it. Accompany him and don't let him out of your sight, Alisa. Go deep into Elvenlands and summon Demons in the heart of the enemy territory. My warriors will distract the elves, while you work your magic. I won't fail you, Majesty. Mal sehen, wie das Organ uns jetzt wieder reinlegt. Aber ja, die Mission ist abgeschlossen. Habe ich mir eigentlich fast gedacht, weil wir hatten nichts mehr auf dieser Map. Und was hätten wir noch groß? Wir hätten vielleicht noch zurückgeskortieren müssen. Okay, gehen wir schon mal in die nächste Mission rein. Sieg oder von der Morden von Ork-Monstern strömen auf die Hauptstadt zu. Also wahrscheinlich Eichen-Monster, also Oak-Monster. Nur ein Wunder kann das Imperium jetzt noch retten. Wir sind in dem sehr Horden des Krieges Land. Bist du bereit, ein Portal in Chaos zu öffnen? Erst muss ich einen Ort finden, wo der Chaosflux besonders stark ist. Ich hoffe, wir können es schnell finden. Ich bin nervös. Don't worry, I feel it's close. Gut. Sieht ziemlich geradlinig und nicht so viele Abzweigungen aus. Gut. Wir speichern jetzt aber erst mal hier. Das wäre Let's Play 024. Speichern. Und dann machen wir hier erst mal einen Cut. Also, bis gleich.